Aber bevor wir zu Band 100 kommen, noch ein paar kleinere Sachen vorher, beziehungsweise eine, die ein bisschen größer ist. Der Chefredakteur der Weekly Shonen Sunday, dem Manga-Magazin, in dem DirektivCon erscheint, Ichihara, ist zurückgetreten. Er hat sein Amt damals angetreten, 2015, in einer Phase, in der die Shonen Sunday in einer relativ schwierigen Zeit war. Nicht nur, was irgendwie Verkaufszahlen oder so anging, sondern auch tatsächlich wohl interne Angelegenheiten, Strukturen innerhalb der Redaktion und wie man Talent fördert und wie man Manga-Serien, wie man beschließt, welche Manga-Serien veröffentlicht werden und so. Und jetzt, wo er aufgehört hat, haben auch viele Manga-Kar und viele andere Redakteure gesagt, er waren voll des Lobes natürlich für ihn, wie es gehört. Aber eben das angesprochen, dass er die Strukturen innerhalb der Redaktion und so von Sunday gut reformiert hat und dass das jetzt alles besser ist, als zu seinem Amtsantritt. Und tatsächlich sollen jetzt auch einige neue Serien reinkommen. Tatsächlich schon, Sunday hat im letzten Jahr fast nie keine neuen Serien veröffentlicht. Eigentlich machen Manga-Magazine ja so, dass sie so 5, 6, 7, 8 neue Serien pro Jahr starten. Und die Sunday jetzt hat so mal eine oder zwei und dann mal eine Miniserie und ein paar One-Shots. Und jetzt erstmal wieder so eine kleine Comedy-Serie von einem etablierten Autoren. Was aber tatsächlich ganz interessant ist, weil die Serie ist von Koji Kumita. Das ist ein relativer Veteran. Der hatte seinen Start bei Shogaga tatsächlich. Hat da zwei längere Serien gehabt. Eine über den Hockey-Club und eine über den Teenager. Katini Kaizu. Und dann wurde Katini Kaizu aber abrupt beendet, beziehungsweise abgesägt von Shogaga, beziehungsweise der Weekly Shonen Sunday. Und das fand Koji Kumita nicht gut. Und da hat Shogaga im Streit verlassen, ist zu Kodansha gewechselt. Und tatsächlich ist er inzwischen wieder Freelancer und hat innerhalb der Amtszeit von Ishihara zwischenzeitlich einen One-Shot geschrieben in der Shonen Sunday, wo er sich, als einer seiner Schüler einen neuen Manga in der Sunday gestartet hat, hat Kumita einen One-Shot darüber gemacht und seinen Schüler parodiert. Und jetzt tatsächlich hat Kumita wieder eine richtige Serie in der Shonen Sunday. Also früher, vor 15, 16 Jahren, ist man irgendwie im Streit auseinandergegangen. Und Kumita hatte seine Beziehung zu Shogaga beendet. Und jetzt inzwischen wieder macht er tatsächlich auch mal eine neue Serie in der Weekly Shonen Sunday bei Shogaga. Weiß man jetzt nicht, war es jetzt Ichihara, der da irgendwie die Wogen geglättet hat oder so. Oder war es einfach die allgemeine Veränderung oder hat es vielleicht auch gar nichts mit ihm zu tun. Keine Ahnung, aber das ist jetzt nur sowas Größeres, was tatsächlich passiert ist. Irgendwie, dass da Kumita tatsächlich in der richtigen Serie wiederkommt. Ja, vielleicht hat das Herr Ichihara gemacht oder auch nicht. Ich bin mal gespannt, was da in Zukunft für Serien kommen. Für DirektivCon natürlich, um mal wieder den Bezug herzustellen. Ichihara war es, der die ganze Sache mit den Spin-Offs angestoßen hat. COST-Time, natürlich das erste Spin-Off von Ihnen nur Hansa was sein. Und auch bei Police Story, ich glaube, er hatte mal im Interview gesagt, DirektivCon ist eine tolle Serie und verkauft sich richtig gut. Aber was könnten wir noch so ein bisschen mehr für die Serie machen, um ihr Potenzial noch so weiter auszuschöpfen? Natürlich auch ihr Verkaufspotenzial, klar. Man ist ja nicht umsonst Chefredakteur. Und da kam eben die Idee, wir könnten ja... DirektivCon hat eigentlich keine so richtigen Spin-Offs. Und das haben sie dann eben angestoßen. Und das war ja auch sehr erfolgreich, wie wir im letzten News-Podcast gesagt haben. Gute Auflagezahlen und jetzt Anime-Umsetzung. Ja, das ist so. Das an sich, DirektivCon... Es gab zum Antritt von Nichihara ja die Aussage, ja, es werden alle Serien irgendwie... Es wird geguckt mit den Serien, mit alten Serien und den aktuellen Serien, was man davon noch irgendwie... Ob die noch alle so taugen und so. So ein bisschen. Da gab es ja bei uns damals einen Artikel von einer gewissen Person, wo sie gesagt wurde, ah, vielleicht DirektivCon ist davon betroffen. Fragezeichen. Das war tatsächlich nicht der Fall. Und ich denke mal auch unter dem neuen Chefredakteur, es wird... Der auf den Namen Oshima hört, der unter anderem auch für den Webservice, der wirklich schon Sunday... Sunday Webry. Ja, kuriose Namen, Herr. Ja, also... Ja, tatsächlich, Webry ist ein Kofferwort aus Web und Avery. Ach, okay. Ja, und Avery, wenn man das in Katakana, ist das Avery natürlich Ibudi. Ibudi, ja, Webry. Und dann Web, Avery, Avery, ja. Genau, und der Chef davon wird jetzt auch Chefredakteur, der schon Sunday, und ich denke mal auch unter ihm wird DirektivCon weiterhin ein wichtiges Zug fährt, der wirklich schon Sunday bleiben. Ja, wäre ja auch, äh, ja, ein großer Fehler, sage ich mal, Conan rauszuwerfen. Ähm, das große, große Flaggschiff, der Weekly Shonen Sunday. Ja, aber mal sehen, was es sonst für Veränderungen gibt. Ähm, wie du sagtest, mit den, äh, Spin-Offs, dass das angestoßen wurde in den letzten Jahren. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas Ähnliches, dass der neue Chefredakteur auch andere Ideen für DirektivCon hat, dass es mal in andere Richtungen geht. Und, äh, ja, keine Ahnung, wie sich da irgendwas verändern könnte. Das, das sind die eher die Profis. Und vielleicht ergibt sich da irgendwas, wo man dann auch sieht, ah, das ist Oshima-san, das trägt so ein bisschen deine Handschrift dann in den kommenden Jahren. Wer weiß, mal sehen. Also, es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass da ein Wechsel stattgefunden hat. Ähm, ja. Ja, und wir können sehr froh sein, dass in der vergangenen Periode nicht DetektivCon abgesetzt wurde, wie irgendjemand, äh, behauptet hatte. Lasse hatte es schon an, 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 angeteasert, ja. Ja, aber wie du schon sagst, es wäre sehr, äh, ja, unglücklich, sag ich mal, wenn, äh, die schon einen Sunday, äh, DetektivCon aus ihrem Programm streichen würde, weil sie damit ja schon jahrelang, denke ich, ja, es ist bestimmt schon jahrelang, äh, Erfolg haben. Aoyama als verlässlichen Partner, der zuverlässig zeichnet und weiter die Story rausbringt und alles. Und dann das Ganze, was es halt in Japan gibt, die ganzen zusätzlichen Events und Conantown und alles, das ist ja alles in Japan präsent und, äh, hat somit auch Einfluss darauf, äh, dass die Leute diese schon einen Sunday halt kaufen, weil sie wissen, da läuft, ist Conant drin, ne? Diese weltberühmte Serie, sag ich mal, äh, da gibt es Statuen zu und, äh, Veranstaltungen und es ist ja auch wirklich, sag ich immer, Conant ist eine Serie, die kann man immer wieder gucken und lesen, weil das Krimi-Genre allgemein ja nicht alt wird in dem Sinne, das kann man sich als Jugendlicher antun, ansehen, aber man kann es auch mit Mitte 30 bis 40, aber auch als Rentner könnte man durchaus noch Krimi-Fan sein und sagen, jo, klar, ich lese jetzt Conant. Von daher ist es natürlich schon ein sehr starkes Zugpferd, wie Philipp immer sagt und deswegen hoffe ich auch, dass sich da nichts ändern wird für die schonen Sunday. Es ist halt schön, diese episode, diesen episodischen Charakter, das ist halt eine Stärke von Direktiv Conant, auch wenn manche sagen, oh, das ist, das nervt mich oder das ist eine Schwäche, nee, das ist tatsächlich eine der größten Stärken der Serien, dass man nicht in einem Band aufschlägt und dann irgendwie sieht, ah, das erste Kapitel ist hier, ah, der Shibuya-Vorfall, Teil 40, ah, na, uh, ob ich da jetzt hier so quer einsteigen kann, hm, ähm, nein, versuch's nicht, rein, ja, jetzt reinfickst ihn als Beispiel, äh, aus keiner aktuellen Manga-Kampf-Serie oder so, ähm, nee, äh, das ist tatsächlich ein Riesenvorteil und ich denke, auch die schon Sunday weiß natürlich auch, was sie an Direktiv Conant haben, ähm, und Gosho Aoyama, man muss ja auch sagen, die schon Sunday kommt Gosho Aoyama ja auch sehr schön damit entgegen, dass er eben nicht wieder in diesen Rhythmus zurück musste von wegen, ah, 30, äh, drei Stunden am Tag schlafen und sonst nur arbeiten und so, sondern dass sie eben ihm auch diese Pausen, Anführungszeichen, erlauben, er arbeitet ja währenddessen und dass er jetzt inzwischen, er sagt, ich glaube, er hat vor kurzem gesagt, er schläft jetzt so sechs Stunden am Tag, von sechs bis sieben Stunden schläft er von sechs Uhr morgens bis 13 Uhr ungefähr, ähm, ja, also er kriegt jetzt doppelt so viel Schlaf, schön für ihn und das ermöglicht natürlich auch die schon Sunday und das hat auch natürlich Ichihara ermöglicht, weil so eine große Entscheidung wird auf jeden Fall über den Tisch vom Chefredakteur gelaufen sein, klar, äh, auf jeden Fall und, ähm, da gewöhnt natürlich Ichihara auch Dank, dass er da gesagt hat, Aoyama, wir brauchen dich gesund und so und deswegen kannst du dir diese Zeit nehmen, die du brauchst, ähm, da kann man natürlich ihm nicht genug dankbar für sein, weil, äh, das ist auch nicht selbstverständlich in der japanischen Manga-Industrie. Ja, also wirklich, man muss sich ja mal vorstellen, dadurch, dass halt, ähm, dass Aoyama halt weniger zeichnet, in Anführungszeichen, also weniger Schonen-Sunday rauskommt, wo Detective Conan drin ist, ist es natürlich auch so, dass die Schonen-Sunday, die auf den Markt kommen, wo Conan nicht drin ist, die werden sich tendenziell natürlich schlechter verkaufen als die, wo Conan drin ist und wenn man da der Chefredakteur ist, ähm, der das Ganze leitet, dann willst du natürlich, dass in möglichst vielen Ausgaben natürlich auch deine bekannteste, populärste und beliebteste Serie drin ist, nämlich Detective Conan und dass, ja, dadurch, dass, durch diese Entscheidung ist Conan halt weniger drin und da trägt der Chefredakteur natürlich die oberste Verantwortung dafür, weil, wenn es dann mit der Schonen-Sunday insgesamt bergab geht, dann war es natürlich seine Entscheidung, dass er gesagt hat, Detective Conan weniger vertreten in der Schonen-Sunday und dann, ähm, ja, geht es ihm an den Kragen, aber andererseits, Lassa hat das schon angedeutet, ist es auch aus meiner oder aus Fansicht allgemein, ähm, deutlich besser, wenn wir weniger Fälle pro Jahr bekommen, es dem Zeichner dafür aber gut geht, er gesund ist und Detective Conan weiterhin regelmäßig kommt, wenn auch seltener, das ist deutlich, deutlich besser, als wenn wir im schlimmsten Fall, um das andere Szenario aufzumalen, halt eine jahrelange Pause haben oder tatsächlich, dass es dann gar nicht mehr vorangeht, was niemand will und, äh, ja, da bin ich tatsächlich froh, dass das ermöglicht wurde und so funktioniert und inzwischen ist es ja auch der normale Rhythmus seit einigen Jahren, dass, ähm, weniger Fälle kommen, aber man weiß, ja, es kommen jetzt, kommt jetzt ein Fall mit drei bis vier Kapiteln, manchmal glaube ich auch mehr, äh, zum Beispiel beim Organisationsfall neulich und dann ist erstmal für, ja, ungefähr ein Monat, äh, Sendepause, äh, okay, die, ähm, Zero's Tea Time sollte ja früher mal die Lücken füllen, das ist inzwischen glaube ich auch nicht mehr so gängig der Fall, ja, aber ich mein, ja, viel, viel besser, als wenn es irgendein anderes Szenario gäbe, was man nicht, sich nicht ausmalen möchte und, ja, da möchte ich auch, kann ich auch nur nochmal an die Fans appellieren, die dann vielleicht sagen, äh, One Piece kommt jede Woche oder hier, äh, Jujutsu Kaisen kommt jede Woche, um das Beispiel aufzugreifen, äh, Conan kommt viel zu selten, was ist das für ein Blödsinn, äh, lese ich nicht mehr, droppe ich die Serie, da komme ich gar nicht mehr, ja, also, äh. Ja, und das ist, das regt mich auch tatsächlich auf, weil einerseits, ähm, haben diese Serien tatsächlich Pausen gehabt, also, One Piece geht regelmäßig in Pause, Jujutsu Kaisen hatte letztens erst eine monatelange Pause, eine monatelange Pause, weil der Autor krank war und so, aber trotzdem lese ich dauernd irgendwie, ja, äh, One Piece hat bald mehr Kapitel als direktiv Conan, obwohl es irgendwie drei Jahre später gestartet ist, so, ey, Leute, werdet mal erwachsen, also ganz ehrlich, das ist jetzt, das ist doch wirklich kindisch, solche Sachen zu sagen. Ja, ich kann den, den Wettlauf natürlich schon ein bisschen verstehen mit den Kapitelzahlen, mit den Episodenzahlen, mit den, mit dem, äh, hundertsten Band war es ja auch so ein bisschen in Anführungszeichen ein Wettlauf. One Piece hatte die, die Marke ja dann, glaube ich, einen Monat früher geknackt, obwohl sie es, äh, zeitgleich knacken wollten, sollten, konnten, ähm, ja, und dann ist natürlich schon so ein bisschen, ähm, ja, ein Gewinn sozusagen, in Anführungszeichen, gegenüber Detective Conan, dass One Piece es dann doch schneller geschafft hat, obwohl die Serie später gestartet ist und, äh, nö, nö, aber ich meine, ähm, ja, man, also, kann man sich nicht für beide freuen, für beide Serien, dass sie den hundertsten Band geschafft haben und stolz auf beide Serien sein, man muss doch nicht sagen, ja, als Conan-Fan, oh, jetzt kommt One Piece und überholt Detective Conan, was früher oder später eintreffen wird, ähm, gar keine Frage, wenn es sich schon passiert ist, ich glaube noch nicht, aber das wird kommen, der Moment, es sei denn, One Piece endet bald, ähm, ja, also, hey, seht darüber hinweg, hat Lasse schon gesagt, das, es ist halt so, ne, besser, schaut euch andere Serien an, zum Beispiel Hunter x Hunter, populärstes Beispiel, glaube ich, wo der Mangaka ewig und drei Tage in der Pause ist und nicht abzusehen ist, wann es weitergeht, das will man nicht, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt inzwischen pausiert, drei Jahre, wie viel? Drei Jahre, ja, siehste mal, wenn wir drei Jahre, dann würden wir ab heute bis November 2024 kein Conan-Kapitel mehr bekommen, mindestens, und, ja, das stellt euch mal vor, also, das wäre nicht schön, keinen deutschen, neuen deutschen Band, dann wären wir als deutsche Fans, worauf angewiesen, ja, auf den jährlichen Film, der natürlich weiterhin käme, aber, ja, ansonsten, ja, an, an Episoden, wahrscheinlich müsste die wöchentliche Serie, Anime-Serie auch pausieren, oder es kämen nur Filler oder Remaster, also das wäre, ja, nicht, nicht schön, da kämen noch weniger, äh, Kanon-Folgen, wo jetzt ja auch schon immer so ein bisschen ist, äh, es sind viel zu viele Filler, das hängt, das ist natürlich der lange Rattenschwanz davon, viel zu viele Filler und viel zu viele Remaster, ja, weil der Manga ein bisschen, äh, ne, kürzer tritt, wegen Aoyamas Gesundheit, das ist natürlich das, den Zusammenhang, den sehen dann natürlich viele nicht, werfe ich den Leuten auch gar nicht vor, aber, ja, es, ja, 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 also, manchmal ist es ganz gut, Sachen zu hinterfragen, warum das so passiert, und wir wissen das natürlich als Fans, die das sehr, sehr tief in der Materie drinstecken, aber manchmal ist es halt von außen auch nicht so ersichtlich, und, ja, naja, gut, das, große Exkurs hier, sorry. Es muss auch, es muss auch mal wieder gesagt werden, beziehungsweise immer wieder, weil, ähm, auch bei dem Thema mit den neuen Folgen, gaben ja auch wieder Leute, die gesagt haben, ja, wir müssen hier ja, war nur One Piece Krieg irgendwie jedes Jahr neue Folgen synchronisiert, ja, das ist, ach, es ist einfach ein leidiges Thema. Es ist ganz, ganz andere rechte Situation, ganz anderer Lizenzgeber, ganz, ganz, ganz anders, also, ja, man, man, also. Leben und leben lassen, es ist, es gibt auch nicht so viele Anime-Fans auf der Welt irgendwie, wir sind schon eine ziemlich kleine Nische, hat auch jemand bei uns auf Discord geschrieben, dass das, äh, dass man sich dann nicht auch noch innerhalb dieser kleinen Szene spalten sollte, sondern sich einfach gegenseitig freuen wollte. Ähm, tatsächlich, ähm, Ichiro Oda, der Mangaka von One Piece, hat in der aktuellen, ähm, wirklich schon einen Jump, ähm, in seinem Autorenkommentar, in dem Inhaltsverzeichnis, ähm, Gosho Ayama gratuliert, hey, Detective Korn, 100 Bände, toll, ähm, ich, wir beide sind quasi so Kameraden, weil wir beide haben 100 Bände jetzt irgendwie voll und das ist echt anstrengend und, äh, das ist sowas, was nur, was ganz wenige, unter anderem wir beide irgendwie so nachvollziehen können, so in dem Sinne und so und Aoyama hat auch gesagt, er fühlt sich wie ein, er fühlt sich mit Oda so mäßig, äh, wie so ein quasi Kamerad, die irgendwie seit, sich seit Jahrzehnten irgendwie in ihren Serien kümmern und so und fand das ganz schön, dass die Bandhunderte so relativ nah beieinander erscheinen und alles und nehmt euch einfach mal Beispiel an den, an den Leuten, die eure Lieblingsserien da irgendwie machen und, äh, die da auch kollegial und gut miteinander umgehen können und, ähm, äh, weniger Neid mehr gönnen. Finde ich übrigens ganz, ganz starke Zeichen, dass man da gegenseitig solidarisch ist oder sich gratuliert, das finde ich wirklich stark, auch weil es natürlich, äh, serienübergreifend beziehungsweise natürlich auch magazinübergreifend, verlagsübergreifend ist, dass man da anderen Personen gratuliert, also finde ich wirklich ein sehr starkes Zeichen, auch, wie Lasse auch schon sagte, für den Zusammenhalt und allgemein, dass man einfach anderen Personen auch für ihr Lebenswerk, das ist es ja, äh, in beiden Fällen, ähm, den nötigen Respekt zollt und, ähm, da kann man wirklich gratulieren, also ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, oh, One Piece, hm, ja, Bandhundert vorher erreicht, verdammt, sondern ich gratuliere auch One Piece dafür, ich bin selber auch One Piece Fan, aber auch wenn ich kein Fan der Serie wäre, die Bandhundert erreicht hätte, ich finde es immer toll, wenn eine Serie, die, die eine so große Fanbase hat, dann so einen Meilenstein tatsächlich auch erreicht, also das ist wirklich, egal was es für eine Serie ist, das, äh, ja, dem kann man nur Respekt zollen und das ist wirklich Jahre, Jahrzehnte lange Arbeit, die da drin steckt und, wie gesagt, Lebenswerk, das muss man auch erstmal schaffen, dass man da sich, ähm, ja, über 20, 30 Jahre hinkniet und wirklich, wie Lasse vorhin sagte, mit drei Stunden Schlaf oder so, das ist ja nicht so, dass man das mal irgendwie zwei, drei Nächte macht, könnt ihr ja mal ausprobieren, das wird schon sehr schlauchen nach zwei, drei Nächten, äh, sondern dass man das über Jahre macht, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, also da muss man wirklich für geboren sein, entweder wird man Mangaka oder man wird in Deutschland Bundeskanzler oder ansonsten ja Regierungschef, bei denen ist es ja glaube ich auch so, dass die sehr wenig schlafen, ähm, ich glaube, da gibt es schon andere Berufsgruppen, wo das der Fall ist, aber, ja.